Ja, 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 ich bin jetzt, Alter, die Straßen-Cobra, yeah, ich schlenke mich über die Straßenteile aus und bin giftig dabei. Hier bin ich wieder nach langer, langer Zeit. Viele haben mich gefragt, ey Straßen-Cobra, wo bist du? Ich hab jetzt erstmal meinen Hauptschulabschluss nachgemacht und momentan ist ja wieder richtig spief, Alter, K1 hat einen Disstrack rausgehauen gegen Bushido und dann alle gegen Ander und da gibt es noch irgendwie Farid Bang und Kollegah und wie sie alle heißen. Ey, 2015 wird mal ein Jahr, da wird die Straßen-Cobra richtig wieder abgehen und dann wird ich richtig alle voll Wodissen, Alter. Dann kommen die anderen und dann mach ich die fertig, Alter, platt mach ich die, platt, platt, platt. Aber vorher hab ich noch was anderes, ich mach bei einer großen Fernsehsendung mit. Hier, das super Fernsehsendung, ich glaub, da werde ich entdeckt und dann werde ich irgendwie Megastar und dann werde ich reich und dann muss ich den ganzen Shit nicht mehr machen, weil irgendwie für Fame hab ich mir erstmal hier irgendwie diese Original-Plastikkette besorgt, irgendwie, die kann nicht jeder haben, ihr Bitches da draußen, ich weiß es ganz genau. Aber jetzt erstmal noch was anderes, ich habe was für euch und zwar, ich weiß, ihr seid Schweine, bei euch sieht's dreckig aus und deswegen hab ich eine fantastische Sache. Und zwar gibt es eine Putzfrau, die zu euch kommt, von Bucke Tiger und zwar einmal die Woche und das zwei Stunden, sechs Wochen. Monate. Hey, sechs Monate, viel länger höre ich gerade, sechs Monate, also, sechs Monate putzen von mir, von der Straßencobra für euch, was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Ich hab keine Ahnung, einfach mitmachen, schreibt einfach unten rein, dass ihr gewinnen wollt und dann gewinnt ihr. Mehr ist es nicht, alter, Straßencobra, peace I'm out, 2015 wird mein Jahr, Klinglöckchen, Klingelingeling. Mehr ist es nicht, alter, Hunger, Klingel, Klingel, Klingel.